Heute mache ich mal was eher Besonderes. Warum sage ich Besonderes? Tja, ihr seht es schon und ich glaube im Videotitel war es auch eigentlich gesagt und darum geht es auch heute. Warum liebe ich denn eigentlich Big3Tech? Bevor wir jetzt jedoch hier mit diesem gesamten Pamphlet, was ich zu sagen habe, anfangen, eins vorneweg. Dieses Video ist weder gesponsert, noch finanziert, noch angefordert von Big3Tech. Dieses Video basiert 100% auf meiner Erfahrung, meiner Meinung und repräsentiert auch nur das wieder. Bitte versteht es nicht falsch, ich habe zwar ein paar Sachen bekommen von Big3Tech, aber nie dafür irgendeine Art Gegenleistung verlangt bekommen. Das heißt, ich habe die Videos alle gemacht und war selber beeindruckt. Also, los geht's mit dem Video. Es ist schon eine ganze Weile her, das war glaube ich Ende Dezember, da schrieb mir jemand in einer E-Mail, naja, dass ich doch sehr Big3Tech-lastig sei und ja, dass ich sehr viel Werbung für diese Firma mache. Das hat aber auch Gründe und darauf möchte ich heute mit euch eingehen. Eines der Hauptgründe, warum ich Big3Tech einsetze, ist einfach, sie sind eigentlich die Marktführer, kann man so sagen, am Markt. Es gibt kaum irgendjemanden, der so groß Fuß gefasst hat in den letzten Jahren wie die Firma Big3Tech. Und dass ich Big3Tech mag, tja, woran kann das wohl liegen? Ganz einfach, es stimmt einfach die Qualität. Ja, ich weiß, es kommen jetzt viele und sagen, ja, das stimmt nicht ganz. Doch. Und ich möchte euch da auch ein paar einzelne Sachen mal aus der Geschichte, die ich mit dieser Firma gemacht habe, gerne mal berichten. Angefangen hat bei mir übrigens alles mal mit Big3Tech in einem i3 Mega. Da hatte ich einen SKR14 Turbo eingebaut. Also die Zeit war schon. Ich habe so ziemlich fast jedes Board dieser Firma in der Hand gehabt und diese Boards habe ich mir zu 99% auch gekauft. Es gibt gerade mal wirklich zwei Boards, zwei, die ich mir nicht gekauft habe. Ich habe X Boards hier rumliegen. Ich habe noch E3 Turbo liegen. Ich habe noch E3 Mini liegen. Ich habe noch, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, Pico habe ich noch liegen. Ich habe drei Octopus liegen. Ich habe eine ganze Menge. Diese Boards liegen zwar alle rum und sind für irgendwelche Projekte gedacht, aber sie sind da. Ja, ich habe auch tatsächlich das ein oder andere Board vernichtet. Meine Schuld kann auch passieren. Aber grundprinzipiell haben diese Boards immer funktioniert. Das ein oder andere Board hat mal Probleme verursacht. Das kann auch passieren. Ich sage jetzt mal das E3 Turbo, dieses kleine Board. Diese Boards haben eben leider auch ihre Downsides hin und wieder mal. Das ist aber konstruktionstechnisch manchmal nicht zu ändern. Und da muss man sagen, hat BigTriTech gut kommuniziert. BigTriTech kennt die Fehler dazu. Und BigTriTech nimmt auch Stellung dazu. Und das ist auch eines der Punkte, warum ich sage, ich mag diese Firma. Grundprinzipiell müssen wir da glaube ich mal aufzählen, was es eigentlich noch am Markt neben dieser Firma gibt. Da fällt mir unter anderem ein Mellow mit diesen Mellow Fly Boards, die ja teilweise auch schon eine 64-Bit CPU gleich on Board haben. FisTech ist auch eine Firma. Und ja, dann fällt mir noch MKS ein, als in Anführungsstrichen unabhängig. Die anderen Boards sind doch sehr spezifisch. Also zum Beispiel Creality, Anycubic. Das sind alles Boards, die sind eigentlich sehr custom made. Das geht durch alle Druckereien so durch, dass es da einfach Boards gibt, die nirgendwo anders einzusetzen sind, als in diesen Drucker. Creality schließt hier übrigens den Vogel für mich ab. Die schaffen es ja sogar, das Board mit der gleichen Nummer, mit verschiedenen Layouts zu machen. Glückwunsch. Big Tritech war in der Vergangenheit eine Firma, die relativ gut sich am Markt etabliert hat. Nicht umsonst, es sind in den meisten DIY-Druckern, die ihr so findet, das SKR 1.3 und 1.4 drin. Diese zwei Boards haben sich enorm etabliert. Auch wenn es mittlerweile die Nachfolger SKR 2 und SKR 3 gibt. Das sind die Nachfolger dieser Boards. SKR 2 war gefühlt nie so richtig eine Alternative. Aber SKR 3 mit den EZ-Treibern, ich verlinke euch das mal da oben. Und wenn wir jetzt weiterreden über Entwicklungen, die so gemacht wurden, dann nehmen wir auch natürlich das SKR Pico mit rein. Das SKR Pico, verlinke ich euch auch da, ist wirklich ein sehr, sehr kleines Board. Und ihr müsst immer daran denken, sowas kostet Zeit, sowas zu entwickeln. Sowas entwirft man nicht einfach mal in 5 Minuten, denn es möchte ja bitte auch funktionieren. Denn gerade Firmen wie BigTriTech haben aus den Vergangenheitsfehlern doch einiges gelernt. Und das ist etwas, was ich einer Firma immer positiv ankreide und weshalb ich jetzt heute auch hier stehe und mit euch darüber rede. SKR 2 ist eines der größten Beispiele, wie was richtig schief gehen kann. Damals wurde dort auf diesem Board eine Protection eingebaut, dass ihr versehentlich nicht die Treiber falschrum einstecken könnt. Und leider hat diese Protection aber auch dafür gesorgt, dass so ein oder andere Board ins Jenseits gegangen ist. BigTriTech hat hier relativ schnell reagiert, hat teilweise sogar Ersatz geliefert. Ja, was will man da eigentlich mehr? So, und jetzt müssen wir natürlich auch mal auf den Markt gucken. Was gibt es noch? Ich glaube, der größte, für mich jetzt erstmal zu sehende Konkurrent, der viele Boards absetzt, ist Fistec. Fistec setzt eine Unmenge Boards ab. Aber guckt euch doch mal bitte das Layout an. Wenn ich das Rad neu erfinden will, dann mache ich das genauso. Ich habe sehr oft Dokumentation als Hauptursache genannt bekommen, warum man eher zu Fistec greift. Aber ganz ehrlich, die Dokumentation bei BigTriTech ist auch vorhanden. Ja, sie ist vielleicht nicht so in dem Detail vorhanden, wie manche sich das wünschen. Sie ist aber da. Denn meistens versteckt sie sich leider. Ich habe mit BigTriTech schon öfter mal kommuniziert und gesagt, bitte, bitte, bitte packt eure Dokus auch auf eure Webseite. Nicht nur in irgendein GitHub-Repo, denn da gehen die für die meisten Leute unter. Wir bewegen uns ja sowieso hier auf einem Level, wo wir Clipper einsetzen. Das heißt, wir sind es, glaube ich, eher so ein bisschen gewohnt, mal doch die ein oder andere Doku zu suchen. Und es ist ja nicht das große Problem. Es ist einfach alles da. BigTriTech liefert euch alles, wirklich alles. Doku, Schaltpläne, Pinouts. Ihr müsst eigentlich nur gucken. Und meistens sogar noch die Clipper und die Marlin-Firmware dazu. Ihr braucht nicht mal viel suchen. Ihr könnt eigentlich das wirklich so nehmen, wie es ist und loslegen. Das ist nicht bei jedem selbstverständlich. Beispiel MKS-Boards. Da ist es nicht so. MKS-Boards sind schon relativ in die Tage gekommen. Das liegt aber daran, MKS ist eine Gemeinschaft gewesen, eine Maker-Gemeinschaft. In diesen Maker-Gemeinschaften passiert, naja, manchmal nicht so viel, aber manchmal auch eine ganze Menge mehr. Ich habe letztens mit jemandem eine Diskussion übrigens gehabt, weil Gemeinschaftsentwicklung. Das Fistex-Spider war eine Gemeinschaftsentwicklung, die auch über Voron mitkam, denn es wurde sich ein Board gewünscht. Das Fistex-Spider ist, verglichen zu einem Octopus-Board, doch bedeutend kleiner, bringt aber nicht ganz so viel Funktionalität mit. Man muss es immer ein bisschen abwägen, was man haben will. Viele sagen auch, das Fistex-Board war vor dem Octopus-Board da. Das ist korrekt, die Aussage. Mit einer Kleinigkeit. Dass das Octopus-Board nur kurz danach rauskam, ist auch kein Zufall gewesen, sondern es war schon in Entwicklung. Es wurde hier parallel von zwei Herstellern entwickelt. Gut, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede. Ich für meinen Teil bin jedenfalls hochzufrieden, denn egal welches Board ich anfasse, es gibt mittlerweile auch schon Klone von BigTriTech. Ich sage mal, vielleicht ist dem einen oder anderen mal das SKR 1.5 über den Weg gelaufen. Das gab es nicht. Jedenfalls nicht offiziell von BigTriTech. Das waren Kopien des 1.4er. Es ist natürlich also immer so ein bisschen die Geschmacksfrage. Und ich weiß auch, dass viele Leute von euch diese oder jene Boards mögen. Aber für ich, für meinen Teil, habe entschieden, ich mag diese. Und ich bin damit immer gut gefahren. Und ich werde auch hoffentlich in Zukunft damit immer gut fahren. Ja, es sind auch Boards kaputt gegangen. Nein, das war nie der Fehler des Herstellers, sondern meist meine eigene Dummheit, wie ich dieses Board benutzt habe. Denn ich habe es kurz geschlossen. Ich habe einen kurzen irgendwo gehabt, weil ein Kabel durchgerubbelt war. Sucht euch was aus. Irgendwas von diesen Sachen. Und dann kann natürlich auch mal ein Thermistor-Port, ein Hotend-Element, ein Lüfter-Port einfach mal über den Jordan gehen. Wie gesagt, aus der Erfahrung her kann ich euch sagen, alle Boards, die ich einsetze, laufen heute immer noch. Mit Ausnahme des SKR 1.4 Turbo. Das habe ich versehentlich mit einem Kurzschluss über den Jordan gejagt. Da wird nicht mehr viel gehen. Aber alle anderen Boards. Das GTR-Board. Das läuft im Boron Legacy. Einwandfrei. Das SKR-Board. Mini-Board läuft ja in meinem CR200. Ein SKR 1.3 Board läuft im Seffire. SKR Pico läuft im Boron 0. Dann haben wir jetzt das SKR 3 EZ läuft einwandfrei in einem Predator. Dann habe ich noch Boards hier liegen. Wie gesagt, die Octopus-Board drei Stück. Ich habe die SKR Mini E3 Turbo. Davon habe ich zwei Stück. Und ich habe natürlich auch noch diverse andere Boards, zum Beispiel SKR Mini E3 V3. Davon habe ich mir noch zwei Stück geholt, weil die Dinger sind einfach saugut zu verwenden überall. Auch wenn ich sage, okay, das ein oder andere Board, dann müsste ich nochmal überlegen, ob ich das wirklich behalten will. Ich sage jetzt mal speziell das E3 Turbo. Ich möchte das nicht verschweigen. Das E3 Turbo hat ein, ja wie soll ich es nennen, ein Problem mit elektromagnetischer Strahlung. Das heißt, da passiert es mir zumindest sehr häufig. Als Beispiel, ich hatte es im Seffire drin. Ich hatte es im CR200 drin. Und in beiden ist es nicht eingesetzt worden, weil es immer wieder zu sogenannten TMC Reset Errors kam. Und diese TMC Reset Errors zeugen davon, dass irgendwas, irgendwas mit dem, ja irgendwas rein strahlt und diesen Chip zum Reset bringt. Nicht schön. Vielleicht ist irgendeine Bescheidung nicht günstig gewählt worden. Dennoch hat dieses SKR E3 Turbo auch einwandfrei in meinem Voron 0 funktioniert. Warum es da funktioniert hat, ist mir zwar noch ein Rätsel. Und warum es da nicht funktioniert, vielleicht komme ich da nochmal irgendwann hinter. Die Boards liegen jetzt in der Schublade. BigTreeTech hat immer, und das möchte ich auch betonen, immer dafür gesorgt, dass Innovationen am Markt herrschen. Guckt euch einfach mal um. Das SKR Pico war ein kleiner Wurf mit einem RB2040 Chip. Dieser Chip ist ein Pi Pico. Ja, kann man machen, haben andere noch nicht gemacht. Das Board ist aber so klein wie ein Raspberry Pi, lässt sich dahinter stapeln. Gut ist. Das Display, das Respy Pad. Ich finde es eine geniale Sache. Da hinten ist das Pi gleich mit direkt aufgesteckt. Ich weiß, Pies sind zur Zeit kaum verfügbar. Wäre die Lage mit den Pies besser, ich glaube, das Ding würde durch die Decke gehen. Denn dieses Display lässt sich ja nicht nur bei Druckern einsetzen, sondern es lässt sich auch in der Hausautomatisierung einsetzen. Dass die Steckergestaltung zur Seite rausgeführt ist, darüber kann man gerne streiten. Ich wünschte mir auch, es gäbe eine Variante, die noch nach hinten rausgeht, aber vom Prinzip her. Und dann haben wir ja, wie gesagt, zu guter Letzt das SKR E3 EZ. Die Treiber, diese EZ-Treiber so zu designen, dass das passt, ist ideal. Auch hier wurde viel rumgeklamüsert, als ich das Video gemacht habe. Ich habe E-Mails bekommen, ich hatte auch Kommentare unten drunter. Oder warum nehmt ihr eigentlich die Kommentare zurück, das frage ich mich manchmal, wenn ich darauf antworte. Da gab es dann Sachen, da wurde gesagt, die sind viel zu teuer. Ja, 11 Euro für einen 22,09 pro Stück zu bezahlen, ist teuer. Ich war letztens bei AliExpress gucken. Da gibt es ein Sale, da kosten 5 solcher Treiber 12 Euro. 5. 5 Stück. Das ist dann doch schon mal ein Preis, mit dem man leben kann. Ich denke, dass es tendenziell auch wieder günstiger wird, wenn die Masse Durchsatz hat. Wenn natürlich es keiner kauft, man muss immer erst gucken, wie das läuft. Und wenn noch mehr Hersteller auf solche Schienen springen, solche Sachen zu entwickeln, umso besser. Sicher kostet das immer alles Geld. Und sicher ist das immer eine Grundsatzentscheidung. Aber keiner von euch verlangt ja auch, dass ihr nur, weil jetzt das neueste, tollste, super duper Board von irgendeiner Firma XY kommt, dass ihr das kauft. Ihr kauft es und entscheidet euch, wenn ihr irgendwas neu macht oder was kaputt gegangen ist. Und dafür möchte ich eigentlich auch mit diesen Videos sorgen. Bigtri Tech sponsert auch dieses Video nicht. Bigtri Tech liefert mir lediglich mal ein Board. Ja, gut. Verlangt aber nichts dafür. Ich kann auch sagen, dass das alles schlecht ist. Das ist es aber nicht. Und das lasse ich mir auch definitiv immer offen. Bisher kann ich nichts weiter dazu sagen, außer Hut ab, weiter so, mehr solche Entwicklungen, mehr Sachen, die uns weiter voranbringen. Denn gerade im 3D-Druckbereich habe ich das Gefühl, dass wir stellenweise stehen. Es gibt wenig Innovation, wenig Neues. Und wenn ein Hersteller mal den Weg frei macht für neue Sachen, einen Schritt weiter geht, kommt vielleicht der nächste Hersteller und geht noch einen Schritt weiter. Und nur so funktioniert Entwicklung. Und nur so kommen wir auch zu vollkommen neuen Sachen. Falls jetzt jemand von euch auch so ein Fan ist und vielleicht sagt, er findet es cool, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Shop Spreadshirt. Und da könnt ihr das mit dem Logo hier bestellen. Auf der Rückseite findet ihr Stone Time als Logo. Falls es also euch gefällt, könnt ihr euch auch sowas kaufen. Ich wollte das einfach mal loswerden. Denn das ist das, wofür ich lebe. Mein 3D-Druck, für die Drucker, für die Elektronik und für Innovation. Denn Innovation steht immer an erster Stelle. Denn wir alle wollen nur eines. Besser werden. Wir wollen mehr können. Wir wollen mehr wissen. Und BigGriTech macht zumindest in der Elektronikseite genau die richtigen Sachen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.